Würdest du den Knopf drücken? Würdest du den Knopf drücken, wenn du dreimal so intelligent wirst, aber du nie reich werden würdest? Wenn ich dreimal so intelligent wäre, wäre ich endlich mal normal. Das nehme ich. Würdest du den Knopf drücken, wenn du jede Größe annehmen könntest, aber es fünf Stunden braucht, bis du sie wieder ändern könntest? Für mich klingt das total cool. In Verstecken wäre man dann ein Weltmeister. Würdest du den Knopf drücken, wenn du für immer reich sein wirst? Aber dafür wirst du auch blind. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist doch gar nicht mehr lustig. Würdest du den Knopf drücken, wenn du eine Zeitmaschine kriegen würdest, aber die nur in den Zweiten Weltkrieg führt? Kommt drauf an, wohin. Aber sonst ja.